Die meisten machen es morgens, mittags und abends. Und gerne auch mal zwischendurch. Essen. Was aber, wenn Essen krank macht? Schätzungsweise 10% aller Deutschen haben eine Nahrungsmittelallergie. Einen Schutz gibt es nicht. Die Allergien treten meist spontan auf und können jeden treffen. So wie Anita Celikas. Die 65-Jährige reagiert allergisch auf Steinobst und Nüsse. Das fängt an mit einem Jucken im Hals. Und dann höre ich meistens auch auf, weiter zu essen. Bei Steinobst, also bei Pfirsichen und so, ist mir aufgefallen, wenn ich da ein Stück gegessen habe, dass das sich anfühlt, als ob ich den ganzen Pfirsich mit Stein verschluckt hätte. Erwachsene reagieren häufig allergisch auf Stein- und Kernobst, wie beispielsweise Pflaumen und Äpfel. Oftmals kombiniert mit einer Nussallergie. Auch Sojaprodukte lösen bei vielen Menschen allergische Reaktionen aus, ebenso wie eine Reihe von Südfrüchten. Ernährungsmediziner Professor Hans Hauner aus München warnt davor, Nahrungsmittelallergien zu unterschätzen. Die meisten Allergien sind eher harmloser Natur. Dennoch empfehlen wir, dass sie immer abgeklärt werden sollen. Es gibt auch gefährliche Formen von Allergien, bis hin zum anaphylaktischen Schock, wo man wirklich einen Schockzustand erlebt. Das ist allerdings Gott sei Dank selten, aber ist natürlich potenziell gefährlich. Und deshalb ist es wichtig, dass man hier eine sorgfältige Diagnostik betreibt. Therapien gegen Nahrungsmittelallergien gibt es keine. Die einzige Form der Behandlung besteht darin, die allergieauslösenden Stoffe zu meiden. Doch eine Hoffnung bleibt Betroffenen. Denn so spontan Nahrungsmittelallergien auftreten, so rasch können sie auch wieder verschwinden. Dann oft für immer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017